Ja und herzlich willkommen zurück bei Sleeping Dogs Heute habe ich ein bisschen was besonderes vor Ich möchte gerne ein paar Stats fertigstellen Also sprich ein paar Pickups aufsammeln Und dafür gehen wir gleich erstmal nach Central Weil da vor allem noch ein Schrein ist und irgendwie glaube ich 12 Tresore oder so Und deshalb fahren wir gleich erstmal Shit, da hinten So heute wird es wahrscheinlich nicht allzu interessant oder spannend und abwechslungsreich Aber das muss halt auch sein Und ich muss sagen irgendwie hat mich das Spiel ein bisschen zu einem Achievement Hunter gemacht Vorher war mir das eigentlich ziemlich egal immer Aber irgendwie bei diesem Spiel macht es noch Spass Die Achievements zu sammeln Und hat man eigentlich auch ziemlich schnell zusammen Wenn man es so nebenbei macht Ja moin Okay, da wären wir schon mal in Central Die Gefälligkeiten müsste ich natürlich auch noch machen Und zum Beispiel hier dieses Strassenrennen Wenn wir schon hier rauskommen dann Ja, wieso nicht Let's go Die arme Frau wird immer überfahren Wenn sie ich nicht bin, dann von jemand anderem Tja, Kürzung Ja, das ist schon mal in der Nähe Ja, das ist schon mal in der Nähe Ja, das ist schon mal in der Nähe okay die Strecke ist ziemlich eh... harte ha! nice fuck 86% wait what fast nicht geschafft shit 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 nice er ist runtergefahren gut 25k kurzer Rennen bekommen allerdings sind wir jetzt wieder irgendwo ganz woanders in Kennedy Town und die Martial Arts Clubs müsste ich auch überall besiegen soweit ich weiss habe ich diesen hier schon besiegt den hier glaube ich auch den hier müssten wir noch besiegen ja jetzt sind wir eh schon hier andererseits unten ist noch ein Auto ja ne komm wir machen das hier zuerst äh ich glaube wieder mit dem ja blockiertes das unserer Position wurde in ihrem ihr Auto eingegeben wie braucht sie hier kommt sie allein mal schauen was das hier genau ist was ist das denn hier für eine Buckelpiste was ist das denn hier für eine Buckelpiste was das was das oh tch what ok ähm nice muss ich denn jetzt irgendwie was machen ok ja nice die spawnen einfach hinter mir okay ok Ja, nice. Bam. Keiner weiß, was das Auto hier macht. Boah, dein Herz weggeschlagen. I need to clear shop. Nice. Wow, come and keep me up there with the Spongebob. Was denkst du? Ah, was für ein Chaos. Ich lieb's manchmal. Kurz mal nachladen wieder. Was denkst du? Die sind irgendwie, glaub ich, wie die in Central oder jetzt. Wenn ich das richtig sehe. In der Zeit 90 bleiben. Okay. Ich hab ja eh keine andere Wahl. Okay, nice. Das war's dann. So schnell lässt man sich eigentlich wieder von seinen Plänen abbringen. Wie gesagt. Ich wollte eigentlich bloß ein paar Sachen einsammeln in dieser Folge. Und der Aufnahmesession. Aber ja. Überall lasse ich mich hier ablenken. Oh, nice. Geschönigkeitsupgrade. Und die Waffen. Nice one. Okay, wir sind in Central. Schon mal gut. Tanks Ausflug. Martial Arts Club. Ich glaub. Ja, ich glaub den hatten wir schon. Ich glaub den hatten wir schon. Ich glaub es zumindest. Ist. Ich kann ganz kurz nachschauen. Aber ich glaub den haben wir schon gemeistert. Aber ich glaub den haben wir schon gemeistert. Ja, da steht's ja nicht. Ob das der Fall ist. Okay, hier kommen wir gar nicht dorthin. Vielen Dank. Irgendwie muss man auch 10 unterschiedliche Dinge essen. Leider weiss ich nicht wie viele Dinge ich schon gegessen habe, die unterschiedlich waren. Daher ist es auch ein bisschen doof. Und davon haben wir einen Tresor. Ich geh erstmal hier eben zu diesem Martial Arts Club. Was ich den noch nicht hab. Mal schauen. Ich dachte eigentlich schon. Aber wahrscheinlich auch nicht. Kann gut sein. Ja. Keine Idee. Den haben wir noch nicht gemacht. Ich glaub es sind 4 Martial Arts Clubs. Ich glaub es sind 4 Martial Arts Clubs. Junge. Armbrecher. Das ist natürlich mies, wenn ich da im Kampf bin. Wenn ich dann kommten soll. Das sind sicher irgendwie so 20 Leute. Immer schön Konten. Ins Holz rein. Komm schon. Die hasse ich auch, diese Ringer. Wie? Wey. Ja. Irgendwie habe ich doch was gelernt um diese Ringe. Komm schon. Diese Ringe abzuwehren, aber ich weiss gar nicht was. Wait a second. Kampf Upgrades. Betäubter Gegner. Heel Kick. Doppelter Sprung Kick. Arm Griff Kombo. Gut, I don't know, ist ja auch egal. Genau so und nicht anders. Ich trete einfach auf die Gegner rein. Drei Stück auf einmal. 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 Oh, du hast nicht mehr hier. Was ist das? Das war's Junge, 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 30.000 Manhattan-Nahkampf-Outfit Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Untertitelung des ZDF, 2020